ja hi und willkommen mein name ist an die röpe und ich will großartig zu letztes let's play star wars battle von zwei in der letzten folge haben wir haben wir da gemacht ich glaube gefechte braucht da war es vor ein paar tagen ehrlich gesagt so da immer noch hier so täglich begrenzte sachen verfügbar sind nehme ich meine ich kümmere mich um die sachen fünf einsatz ziel auf einer multiplayer karte abschließen und ich muss stern angriff zehn schütze zerstören ok auf einer multiplayer karte abschließen oder weil sie nicht und zehn gegner nicht schwer das kann ich abhaken wird ja wir kümmern uns da um das heißt raum gegangen vielleicht kriegt er auch einsatzziele nehmen an hier so kern zerstören und was weiß ich und ja hier ein zwei änderungen habe ich gemacht und zwar habe ich diese fähigkeit glaube ich gekauft maximal gesundheit und zehn prozent erhöht oder das hier wo ich kann das abreden ja noch mal und ich glaube für bombe habe ich auch eine fähigkeit gekauft und zwar auch mehr hp wird die gesamtgesundheit der sternjäger weil ich glaube der bombard irgendwie mehr hp als die anderen deswegen kann das nicht schlecht sein und ja sonst hat sich jetzt nichts für geändert alt habe ich habe eine tägliche kiste wie wollte ich abholen ok einsatzziele ist nehme ich mal an wenn man zum beispiel raumjäger angespielt dann ja dann wenn man eine ebene sozusagen abgeschlossen hat zum beispiel hier zerstört so und so viele kreuzer oder dann ist da machen die kurz pause und dann heißt es irgendwie zerstört den kern und weil sie nicht zerstören todesstern was weiß ich also ich nehme an das ist damit gemeint hoffe ich auswählen muss ich zehn geschütze kaputt hauen also ja guck mal ja ich habe geführt spielt ein bisschen leise im gegensatz zum letzten aber zum letzten part aber vielleicht will ich mal da noch ein so mein fokus ist jetzt erstmal geschütze kaputt hauen wegen geld aber wenn wir schon dabei sind nehmen zählen diese dinge als geschütze ich tue mal das bomba spielen wirklich viel ap dazu bekommen hat fünf prozent oder zehn prozent weiter lautet heißt der hatte 2000 hp der bing wird 2200 oder so 2 363 eisg ist sehr interessante zahl ich denke dass ich trinkt das ich denke das nicht habe ich cool nicht aktiviert hallo baut gehen sie auf mich los aber als bomber bis irgendwie mehr so ein ziel oder aber ich will gar nicht ich will geschütze kaputt hauen ja wir kümmern uns hier natürlich um die die einsatzziele da wir gerade mitten im event nehmen sparen sind würde ich sagen dass wir auch auch wenn die phase ein bisschen länger machen damit ich das auch noch geschafft kriege nur noch ein ich glaube für jeden jäger kann es irgendwie mehr gesundheit oder so als karte einsetzen wird so klug jetzt weiß ich nicht aber ja vielleicht mal so eine idee damit ich länger am leben bleibe das kann ich erreichen sehr gut da war das jetzt ein einsatz ziel das zählt das jetzt als einsatz ziel ich tue jetzt erst mal hier abbauen damit die warte wo ich mal dieses teil ist durch fliegende ich kann eigentlich warten dann bis das neueste einsatz ziel anfängt ja dann kann ich habe da kann ja die punkte nicht runter gehen ja die rebelle mien hallo denn hallo ich bin da das war angekommen kannst du es war da darf weder was so ich dachte er hieß dafür ja ein bisschen vorwachsen jetzt machen wir so gut und jetzt tue ich in jeden dinge rein fahren dann verlieren wir natürlich ja ja leute ist ich habe die nehmen ein bisschen zu ernst mit den einsatz 10 jahre du verpflichtest ich ja jetzt gleich direkt hinter mir versorgt aber das ist denn hier los auf einmal okay vielleicht sowieso nicht lange am leben bleiben wir direkt bombe ja 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 richtig blöd platziert ja 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 und jetzt natürlich komme ich jetzt in der mission wo kein einziges geschützt ist super ich dachte ich habe die ganze zeit und ruiden ja ja keine aufgeschossen haben und ich bin noch eingeflogen extra schaden ich glaube nicht das erzählt aber wer richtig toll okay aber wir verarschen war der millionen um 20.000 ap sommer wir haben gewinnen noch zwei richtig beschissenen ort platzierte und was auch irgendeiner verfolgt diese fähigkeit macht einfach munter meine fähigkeiten die meisten jedenfalls ein paar treffer ich kann mein ziel nicht mehr verlegen ich gehe rein und wir haben verloren ein satz zählt jetzt hoffe er hat zählt aber knapp vielleicht gibt es einfach tage an dem ich besser spiele und einen drin nicht abfang ja das hat geführt hat nicht gezählt als dienst was mich mal raus was er dann natürlich wäre nicht aktualisiert wird ja immer wieder mal passiert da kann ich auch meine kiste öffnen warte habe ich auch vergessen wäre ich toll wenn ich halt in einem part schaffen würde dann kann ich mich ich weiß nicht wie viele dinger hier noch zum dinge ja noch aufploppen da hat schon mal nicht gezählt solcher helden mag ich sehen geschütze zerstören fünf einsatz hier auf eine multiplayer karte abschließen capture fleck einsatz ziele wir müssen dann ein bisschen besser erklären habe ich so gefühlt wie mich 75 aber ich habe da und hat kölz von dem einen bekommen kollege meint ja irgendwie spiels voll mit bugs einsatz ziel oder und manchmal hat das jetzt mal eine weiß nicht irgendwie kriegt er kein geld zurück wenn der kisten kauft also wenn der dupli fahrter bekommt allgemein irgendwie kennt wahrscheinlich jeden einzelnen back des spiels ich bekomme davon nicht viel mit bis auf diesen einen jetpack hier diesen jetpack back von boba fett wenn ich dachte irgendwie hat jetpack wer kaputt nur sonst haben wir später noch ein bisschen öfter als ich weiß nicht öfter spielen würde ich wahrscheinlich auch über jeden einzelnen paket stolpern aber bisher ist noch nicht so ich habe welche klasse war ich noch mal am hochleveln also meilen steile mäßig schwere schwere habe ich hochgelevelt aber dann hatte ich die waffe schon bekommen und wir wollen sie ja langsam internet warum auch nicht wir sind am verlieren ja viel spaß noch mal jemand auf dem schießen in denen seine waffe und somit alles beträgt sagte irgendwie der welt jetzt voll bombardiert mit angriffen aber nein warum muss ich sowas spielen um da weiter zu kommen das voll kacke lassen mit anderen team reinkommen ja schon wieder ein neues schon wieder ein richtig geiles patch findest du nicht auf einer beliebigen karte ja eventuell werde ich irgendwann die ganzen sachen bekommen aber kann ja nicht schon auf ein paar sachen hinzuarbeiten ne bock ein kredit ein ganzer kredit sagt nicht geile matico ich guck gerade versuche mal spitzern ist die turnung auf versuchen und drei das dreimal besser als ein einhorn die kreisige energie strahlen auf die gegner und fetzt die weg schleudigen berg und rast mit denen durch den berg durch ja das ist passiert ok mine mine ach nee wir müssen sabotieren das ist doch wieder diese gegend hier ich weiß doch wieder wieder hier läuft wir werden ja kein einziges mal durchkommen diese ecke irgendwie voll erwarte mal ich habe eine idee ich gern von der reine legt all deren waffen in lahm er ist auch immer gleich an dieser karte habe ich so ein gefühl geht die können man kann irgendwie nicht da reingehen weil die gegner da immer an massen sind und soweit das ding weg ist ja ich bleibe jetzt mal bei dem ding vielleicht muss ich ja in der nähe bleiben damit das auch zählt ich bin hier keine sorge zielorientiert da war jetzt ein einsatz hier weiß ich nicht ob ich in der dauer mein nehmen verteidigen noch mal ich komme mit diesem stress nicht klar wenn ich direkt vor einem gegner stehe weiß ich nicht solch eine granate werden sollte eben lieber anschließen weil in beiden sachen bin ich nicht gut deswegen ist immer so ein innerer konflikt in meinem kopf was mache ich jetzt nicht als nächstes vorhanden das ist dann mein untergang so wer da kommt irgendjemand rein ich schalte direkt den waffen ab aber ich habe sogar drei ausschuss jetzt okay da war einfach dafür dass ich bisher immer in dieser konstellation verloren ab geht das waren jetzt zwei ansatz die lehrt hat jetzt gezählt oder man hat so schnell wie möglich hinter mich haben was alle sofort ja geht auch am besten alle dahin erst mal und schon mal nicht runterrollen sobald ihr jemand reinkommt ich tue deren waffen abschalten ja nicht getroffen das ist niemand zielorientiert und er und gewonnen was nichts gemacht aber okay okay und da habe ich glaube ich welche erledigt glaube ich soll haben uns jetzt aber gezählt haben das heißt wir haben jetzt schon vier hoffentlich hat die ganze rum jetzt nur 1 gezählt ich weiß es ist ja nirgends wo viele offizier dinge sind ja alle im vordergrund dieser problem ich will ungern aus diesem team rausgehen hat war jetzt gut und zweiter gehen so die geist die blog ich bin dritter platz sogar manchmal war ich da gerade auf den dingen drauf ich kann ich drauf geachtet dem leaderboard oder wenn man soweit ich glaube da war ich drauf und bitte sagt mir nicht ich muss die einsatzziele aktivieren oder so aber richtig dem nicht von level die alle sind punkte 125 online so ein dreck schon klar von der karte habe ich noch nicht wie gesehen jetzt mal ist hier gespielt aber überhaupt nichts los kann ich mal ein bisschen näher sein wo war also nicht da wo ich nicht hingucken und wo ich hinschieße da stehen die natürlich all daran ist zerstört aber so deswegen nicht aber einer haben gesehen das hat man schon gewonnen irgendwie die hier sieht war da wollte ich gar nicht machen da wo ist es nur dann tut der offizier hat eben auch sammeln das ist doch schon tot man ja leider ist doch schon tot aber sehr gut noch 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 rennen du auf damit rückwärts einsetzen meine elektro dinge gleich wieder weg wir gehen immer noch weiter vorwärts oder jemanden scheiß geschützt hingestellt man ist mich auf nahme oder ich habe man lebt auf los steckt das ding ein mann ja 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 soviel dazu gibt mir noch ein paar punkte wir wollen uns haben aber wir gleich nicht mehr ich habe mich selber geblendet machte jetzt aber so ein intelligentes manöver damit sind die nicht klar kommen wir sind ja voll am gewinn gerade er wartet mich ich habe auf den also kommen verpasst euch von ihm muss ja dann über den tag ja 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 dann hier heute den tag er hat mich kreiert eine statue für mich wunderschön okay ich bin der runde gerät sagt ich ich allein kreiert eine bronzestatuen in den goldstatuen von mir irgendwas ehrenhaftes ich auf dem pferd oder nee motorrad was einer vom wort ist haben wir alles gesichert kommen loskommt nein nicht so weit weg können so war ich dich von dem das ist sowas von naja man hat mich zu verlieren so sehen wir jetzt mehr hp und hp regeneration dann macht sich okay los 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 ja komm ich kann nicht glauben dass es so gut war ich hoffe noch erzählt auf diese blöde die ganze hier über die blöde mission warum ist da dann man sieht mich kaum aber okay bitte tut mir keine wuchs die statue errichten ich weiß ja okay die pest ich würde zwar liebend gern in diese truppe noch drin bleiben aber ich möchte gucken ob das überhaupt gebracht hat für diese tägliche mission ja wahrscheinlich nicht ne und ich bin level 14 jetzt auch gut als ich gesehen habe irgendwie dafür irgendwie so 45 leute da an einem ort waren habe ich schon gemerkt irgendwie gut wird belohnung freigeschaltet fehler befolgen wenn sie mich auf nahmen war für belohnung auch ich weiß schon gibt mir damit zeugs weil sie nicht stellen hier helden blablabla ich kaufe der raumjäger dinge und krieg natürlich truppen zeug natürlich habe ich noch gar nichts dazu diese mini die lange ich habe keinen was soll ich habe immer noch 3000 szenarien mit einsatz ziel hat verdammt also muss ich gewinnen oder was ich verstehe nicht muss ich dann selber machen nur so war ja da sie geht immer noch nicht weg kaschuk war noch hat ein buch da kriege ich auch hoffentlich mal dieses hot kostüm von luke wenn ich nicht so scharf darauf bin aber wenn man schon kriegen kann dann kann man das kriegen offizier weiter auch klären da müssen wir runden gewinnen oder wie das stimmt ich habe vier runden gewonnen ich kann nicht leben natürlich verteidigen ich dachte mal jemand hier bin ich am leben ich wollte nur da rein er müsste reingehen und die erledigen hatte ich bin mit einem exakt gleichen team gelandet habe irgendwie cool genau gesehen kumpel ich auch ich bin da oben der drunter gefallen oder er ist untergefallen laufen das problem hat mich hier stört du kannst nicht die herausforderungen und an meilensteine irgendwie per knopfdruck irgendwie anschauen das ist das stört mich wenn sie sachen die mich sterben würden nicht solch im wachs alla da kommen wir ruhig rein hier steht jemand und wenn man das jetzt der siegesdingen zwar die sieges sabotierung ja baller schön darauf dann kommt da niemand rein so eine junkrad strategie von wo schon ja reinkommen aber wohl nichts da ist jetzt jetzt habe ich dann abgeschlossen jetzt habe ich noch ohne abgeschlossen glaube ich weiß nicht ich wünsche ich würde dafür mehr punkte bekommen wir sagen wir uns das einfache ziel mal ja da sind dich die schock ich ein affon ich muss dann auch aktiv auch hat jemand okay wir müssen sich gar nicht das ding hier so ein zu erobern rück steht also war total mein krieg ja ich ja ich hier irgendwie positioniert und alder wenn sie superkampf drehen finde ich nicht so gut bin die wookies ist ja am besten von den spezialeinheiten hier die einer muss da rein könnte ich alle hier stehen kommen wir panzers wir gehen hier wenn ich von hinten wieso werde ich immer finden kann angeknallt weißt du nicht wie man aktiviert war was ich bin er stand erst davor so jetzt müssen wir an uns vorbeikommen kollege weiter wenn wir mal keter haben schon hier reinkommen ich konnte nicht erobern ja ich stehe immer noch hier drin haben wir schon geschafft die ausforderung jetzt da war ein paar gute momente drin in diesem match weder befolgen jetzt habe ich erst vier spiel mal noch hat er noch grad für also müsste ich doch jetzt auch fünf haben ich muss schon wieder mensch zu einfach in springladung habe ich sogar platziert also man muss mir ein bisschen entgegen kommen spiel wo ich will das spiel nicht anreden dann stört mich immer wenn ich andere leute irgendwie sehe wenn irgendwie weiß nicht alle leute irgendwie schlecht spielen und irgendwie sagen spiel wer würde ich so idiotisch na wer danke befehle über folgen und keine neue alles klar hier wird die kosmetik ist zu bekommen gut aus den partnern kommt wieder eine neue herausforderung also gehört das heißt hier sind wir erst mal fertig zweit mal hat kostüm das hatte kostüm für luke nur zwei sachen dann weiß ich auch nicht irgendwo nachlesen vielleicht schon wieder bald wieder ein neues jahr auftauchen teil 1 feindliche sachen siegen teil 2 und einsatz ziele irgendwo nach ich denke ja sieg auf großen kontakt kann hatten hier sind wir noch neu gerade ausgesehen habt ihr gerade gesehen trotzdem ist nicht mal okay man wollte ich nachgucken glück ehrlich in zeitlich bedensten herausforderungen ja habe ich irgendwie nur eine chance der kostüme zu bekommen oder kommt wirklich ein paar tagen wieder eine neue herausforderung oder so die habe ich jetzt das ist also wie ich muss die haben glaube ich nicht nächstes war doch mal dati hat heißt stern die lagen auf zehn schütze zerstören gott würde ich sagen das war es dann für diesen part im nächsten part machen wir uns auf in sterne angriff um zehn geschütze zu zerstören macht sind und ich bin habe mich eilig zu zuschauen würde mich freuen wenn ihr einen like ein kommentar sonst irgendwas hinterlassen wird und wir sehen uns ja nächste folge dankeschön fürs zuschauen schau